Sie heißen Bianca, Nicole und Christina. Drei Mädchen von insgesamt 53. So verschieden Sie auch sind, eines verbindet Sie alle, Ihre Leidenschaft für den schnellsten Mannschaftssport der Welt. Aber nicht als begeisterte Anhänger Ihres Teams, nein, Sie selbst sind das Team. Das Team hat einen Namen, Neuberg Highlanders. Neuberg an der Mürz. 1300 Seelengemeinde in der nordöstlichen Obersteiermark. Ein Kindergarten, zwei Schulen, eine Bücherei. Bekannt für die Neuberger Kulturtage. Kein Eishockeyplatz. Sportlich gesehen ein weißer Fleck auf der Landkarte. Bis zum Jahr 2000. Damals gründete Franz Rojak die Neuberg Highlanders. Anfangs noch ein reiner Männerverein. Aber das sollte sich in den nächsten Jahren ändern. Wir haben eigentlich angefangen mit einem Damenhockey, das sich aus Hausfrauen, Geschäftsfrauen und Mädchen, die ganz jung waren oder blutjung waren, zusammengesetzt hat und die eigentlich zuerst nur die Männer, weil die Highlander ist eigentlich eine Männermannschaft gewesen, wo die Freundinnen und Frauen immer bei den Festen und überall mitgeholfen haben. Das war den umtriebigen Damen auf Dauer dann doch zu wenig. So kam der Vorschlag, es doch selbst zu versuchen. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Motiviert bis in die Haarspitzen mit improvisierter Ausrüstung, zog man hinaus aufs Eis, um es allen zu zeigen. Doch das gestaltete sich zunächst schwieriger als angenommen. Natürlich, wir Damen, lassen uns das nicht einfach zweimal sagen. Was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich Eishockeyschuhe angezogen und haben unseren sogenannten Kochlöffel, ich meine für mich trifft das zwar nicht unbedingt so zu, gegen einen Eishockeyschläger getauscht. Das war ursprünglich mein erster und wir Damen haben uns statt Kochen diesen Schläger in die Hand genommen und sind aufs Eis gegangen und haben eben Eishockeyspielen gelernt. Die Magrik Reischek hat halt eben Spielerinnen gesucht. Nach dem Motto, was unsere Männer können, kennen wir Damen auch. Und die haben eben in Neuberg auf irgendeinem Dümpel, haben sie halt Eishockey gespielt. Und so zu sagen, sind die Damen auch zum Eishockey gekommen. Ja, das war eigentlich am Beginn, war es eine Katastrophe. Was haben wir Mädels gemacht? Ja, unsere Schlittschuhe von früher fahren mit den Zacken und so weiter. So sind wir aufs Eis gegangen, bis unser Trainer gesagt hat, Mädels, runter mit den Schuhen, rein in die richtigen Eishockeyschuhe. Und ich hab da halt einmal zugeschaut und dann hat sie gesagt, geh Maria, bevor da da kalt wird beim Zuschauen, zieg dir gleich selber Schuhe an und sag ich, du, es tut mir leid. Ich hab keine Eishockeyschuhe, ich bin ja noch nie Eishockey gelaufen oder überhaupt Schlittschuhe gelaufen. Und dann hat sie gemeint, nein, wir haben alles da. Also sie hat mir Schuhe gegeben mit Größe 44, waren halt viel zu groß. Und hat mir die Ausrüstung ergeben nach dem Motto, wenn du herfallst, spürst eh nichts. Und ich hab dann gesagt, naja, ich hätte schon gern einen Helm mit Gitter. Hat sie gemeint, nein, das haben wir momentan nicht mit Gitter, aber wir können eh nicht so hoch schießen. Und dann haben sie mich halt mehr oder weniger angezogen und ich bin da rübergegangen zum Platz. Und wie ich reingehe aufs Eis, hat sie mir die Füße ausgerissen, so schnell wie gar nicht schauen können. Und wimses gegangen, ich bin da gelegen. Dann habe ich aufgestanden, wieder das Service. Ich dachte, das gibt es ja nicht, dass man so botzschut sein kann. Bis ich draufgekommen bin, die liebe Margret, hat mir die Schuhe noch von den Schlittschuhen nicht abgetan. Kaum haben wir diese Eishockeyschuhe angehabt, na was war, einmal nach vorne geflogen, einmal nach hinten geflogen. Ja, an Eishockeyspielen gar nicht zu denken, wir haben einmal müssen lernen, mit diesen Hockeyschuhen zu fahren. Also das war die Katastrophe. Na gut, dann gab es schon den ersten Bundlejack, die erste Verletzung und so weiter. Und wir haben gemerkt, Eishockey ist eigentlich, naja, nicht stretchen. Aber wir haben es trotzdem irrsinnig gern gemacht, weil du hast die richtig ausbauen können. Und wenn du daheim ein bisschen den Frust gehabt hast, war es vielleicht auch als Mädel oder als Frau nicht so schlecht. Du bist aufs Eis gegangen und hast dich natürlich ausgebaut bis zum Letzten. Ab 2003 gab es im Verein nun auch offiziell eine Sektion Dameneishockey. Franz Rojak nahm sich neben den Neuberger Männern auch um die Damen an. Als ehemaliger National- und ATSE-Gradspieler erkannte er rasch das Potenzial der Mannschaft. Ab da war es nur mehr ein kurzer Weg bis zur Teilnahme an einer regulären Meisterschaft. Fehlende Spiel- und Trainingsmöglichkeiten in Neuberg zwangen die Damen nach Langenwang, Kapfenberg oder Leoben. Kollidierte man wieder einmal mit einer der großen Männermannschaften, wich man bis nach Zeltweg aus. Trotz aller Hindernisse, man startete zuversichtlich in die erste Spielzeit. Doch die Saison in der zweiten Division der Eishockey-Damenliga hatte man sich anders vorgestellt. Einsatz, Kampfgeist und Wille waren vorhanden. Was fehlte, war die Erfahrung. Die Partien gingen meist zweistellig verloren. Die Neuberg-Heiländers waren der Punktelieferant der Liga. Am Ende reichte es nur für den letzten Tabellenplatz. Aber für Franz Rojak waren seine Mädchen die besten. Und er sollte recht behalten. Ja, im Damenhockey ist es halt ein bisschen anders als im Männerhockey, weil eigentlich so wie Buben gern kicken gehen und andere Sportarten, die Mannschaftssportarten betreiben, bei den Mädchen nicht so üblich ist. Mein Bruder hat bei den Heiländern Herren gespielt. Und ich habe mir damals als 13-jähriges Mädel schon gedacht, dass ich da gerne zuschaue und dass mich das selber auch interessiert. Dann habe ich einfach angefangen bei den Damen mitzutrainieren. Und da musst du dann schauen, dass du ein bisschen Mannschaftsgefüge zusammenbringst, dass sie gemeinsam dann in einer Richtung arbeiten. Und das hat aber bei den Mädels eigentlich gut funktioniert, weil es eigentlich eine liebe Gruppe waren, die sie schon privat sehr gut verstanden haben. Die Buben haben meistens mehr Selbstvertrauen. Und den Damen müssen immer wieder sagen, ihr seid sehr gut, ihr kennt das, das machst du schon. Ob das bei einer Lahn ist oder in der ganzen Gruppe, du musst das eigentlich mehr motivieren oder mehr mit ihnen arbeiten im psychischen Bereich, dass sie wirklich an das Glauben was machen. Aber dann können sie wirklich, wie wir gesehen haben, bei den Mädels Berge versetzen. Nach einem Jahr des Lernens beendete man die Saison 2005-2006 bereits als Dritter der zweiten Division. Was folgte, war der Aufstieg in die Bundesliga. Auch hier zahlte man im ersten Jahr kräftig Lehrgeld. Wie zwei Jahre davor schloss man mit dem letzten Platz ab. Nach dieser Saison beendete Franz Rojak dann seine Trainertätigkeit. Sein Nachfolger? Otto Gratschner. 2007-2008 erreichten die Neuberger Damen erstmals das Playoff, scheiterten aber im Entscheidungsspiel um Platz 3 an den Villacher Gypsy Girls und wurden Vierter. Innerhalb von nur fünf Jahren entwickelte sich die Mannschaft von einer Hobbit-Truppe zu einem schlagkräftigen Team. Das ist Leistungssport geworden. Es sagt ja jeder, das ist super, was wir machen. Und das ist auch zum Anschauen. Das ist Eishockey. Diese Mannschaft ist die beste Zukunftsmannschaft in Österreich. In Österreich. Also es ist wirklich sehenswert und das wird sicher noch und noch viel bessere Formen annehmen und wird sicher noch mehr anerkannt werden, als was es bisher schon ist. Wenn man sieht, was da entstanden ist, das hätte sich wirklich niemand erwartet. Also nicht nur bei uns in der Gegend, in Neuberg, also ein Dorfklub, das sowas wird, sondern mittlerweile sind wir ja bis runter Slowenien, europaweit auch Neuberg-Heiländer sind einfach jetzt bekannt. Und das ist für uns alle das Beste, was uns passieren hat können. Und ein Jahr später war es soweit. Die Highlanders krönten ihre Leistungen mit dem Meistertitel. Es war ein Team entstanden, dem jeder Gegner Respekt zollte. Der Punktelieferant von einst existierte nicht mehr. Mittlerweile hat sich die Zusammensetzung der Mannschaft verändert. Einige Spielerinnen der ersten Stunde hörten auf, die Lücken, die sie hinterließen, wurden aber schnell geschlossen. Trainer Otto Gratschner legte seine Funktion während der Meisterschaft 2009-2010 zurück. An seine Stelle trat als Spielertrainerin Ingunna Lukasewitscher. Unter ihr beendete man die Saison als Dritte. Drei Jahre zuvor verabschiedete sich auch Margret Kreischek vom aktiven Sport. Sie kümmerte sich nun verstärkt hinter den Kulissen um den Verein. Naja, im Grunde genommen, wenn man sowas anfängt, dann bleibt man auch irgendwo dabei. Und das ist ja so, die Liebe zu dem Sport hat mich dann so fasziniert. Und wie ich gemerkt habe, wie die Mädels dahinter sind und die wollen immer mehr und mehr und mehr. Ja, war es für mich eigentlich ganz klar, dass ich diese Mädels dabei unterstütze. Weil du siehst, mit welcher Begeisterung, mit welchem Ehrgeiz und was die alles auf sich nehmen, damit sie trainieren können. Weil wir haben ja weder einen Eislaufplatz, noch eine Halle in Neuberg. Ja, dann machst du das einfach gern und unterstützt die Mädels. Natürlich, ohne Sponsoren wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Und dank der Sponsoren, die nach der Reihe gekommen sind und uns wirklich auch da von Beginn an unterstützt haben, war es dahingehend auch möglich, dass ich das weiter so gemanagt habe. Und mehr oder weniger für diese Mädels, ja, das Eishockey zum Leistungssport gemacht habe. Und der Verein, wie soll ich sagen, jetzt eigentlich so dasteht, was sich keiner gedacht hat. Und das ist das, was zählt. Und es hat mir damals schon jesnig Spaß gemacht, mit den Mädels zu arbeiten und für die Mädels da zu sein. Und jetzt natürlich noch mehr, wenn man sieht, wo es eigentlich damit entstanden ist. Man wird für die harte Arbeit auch belohnt. Mittlerweile ist es so, wir sind die beste Mannschaft in der Bundesliga. Unser Ziel ist nach wie vor, besser gesagt, das Ziel von meinen Mädels, das wollen sie unbedingt anstrengen, ist die Europa-Liga. Die Europa-Liga, Eishockey für die Mädels zu spielen, ist natürlich wirklich super. Und dieses Ziel wollen wir natürlich noch erreichen. Das heißt, sofern alles so bleibt, wie es jetzt ist, unsere Sponsoren dahinter stehen, ist es möglich, sonst wäre das unmöglich. Überhaupt jetzt dahingehend in die Europa-Liga zu bringen. Also die Sponsoren müssen sich voll hinter uns stehen. Die Mädels natürlich müssen es nach wie vor wollen und die sind sehr dahinter. Und das Nächste ist, man darf nicht vergessen, ich habe schon Mädels mit 16 Jahren im Nationaldienst, mit einem Adin, mittlerweile ist es so, in der U15 im Nationaldienst habe ich allein sieben Mädels von Neuberg, die dort hinfahren, in der U18, drei und wie gesagt, im Adin zwei 16-jährige Mädels. Und da sieht man schon die Leistungen und dadurch kann nur ein Ziel sein, auch die Europa-Liga. Wir haben heuer zwei Mannschaften, Bundesliga und Zweite Division, österreichweit bis Slowenien runter. Und das Nächste Ziel ist eben Europa-Liga, weltweit, wer weiß. Mit der Verpflichtung des neuen Trainerduos Werner Kehrt und Axel Riegler ist man für die Ziele, Meistertitel und Europa-Liga bestens aufgestellt. Die Handschrift des Ex-Internationalen Kehrt war beim Meisterschaftsauftakt in Villach gegen die Chipsy Girls bereits zu erkennen. Die Highlanders gewannen mit 1 zu 6. Co-Trainer Axel Riegler, ehemaliger Kapfenberg-Puls-Spieler, betreut daneben die zweite Mannschaft. Neben zwei Mädchen von den Devils Graz spielen nun auch drei Kanadierinnen für die Neubergerinnen. Gegen Villach stellten zwei der Mädchen aus Übersee ihr Können bereits unter Beweis. Die Highlanders auf dem Weg nach Europa. Und dank der Eishockey-Damen ist nun auch die 1300-Selen-Gemeinde Neuberg sportlich gesehen kein weißer Fleck mehr auf der Landkarte. Auch ohne eigenen Eishockey-Platz. Die Highlanders auf dem Weg nach Europa Vielen Dank.